Es gibt zwei Themen, die Deutschland heute besonders beschäftigen. Die Angriffe auf Politiker nehmen zu. Zuletzt sind Schüsse auf das Büro von SPD-Politiker Karamba Diaby in Halle abgefeuert worden. Außerdem die Zahl der Messerangriffe in Deutschland steigt. Die Kriminalstatistik des Innenministeriums aus NRW ergab, 2009 gab es 6.827 polizeilich erfasste Messerangriffe. Und das allein in Nordrhein-Westfalen. Und damit hallo und herzlich willkommen. Guten Morgen hier zu BILD Live. Und bei mir im Studio ist jetzt Karamba Diaby. Sie haben ja leider jetzt diese Attacke erst vor knapp zwei Tagen selber erfahren. Schüsse auf Ihr Büro sind abgefeuert worden. Wie geht es Ihnen heute? Also ich bin immer noch erschüttert und fassungslos. Gestern Mittwochvormittag habe ich Anruf bekommen von meinem Team, dass unser Büro angegriffen wurde. Das macht mich sehr, sehr traurig. Und es ist ja Gewalt, die dort angewendet wurde. Und ich denke, dass Gewalt ist kein Mittel, einfach um seine Meinung oder seine Verlangen einfach zu kommen. Ihnen ist es ja jetzt vor knapp zwei Tagen, in der Nacht ist es passiert oder im späten Abend, dieser Angriff auf das Büro widerfahren. War das der erste Angriff, die erste Bedrohung dieser Art? Leider war das nicht das erste Mal. 2015 wurde schon mein Bürgerbüro angegriffen. Da sind alle Scheiben kaputt gemacht worden. Und da sind Ermittlungen auch eingestellt worden, weil man die Täter nicht gefunden hat. Man muss sich ja dann schon überlegen, wie geht man damit um? Zieht man sich zurück? Geht man offensiv mit solchen Bedrohungen um? Wie gehen Sie damit um? Also sich zurückziehen wäre wirklich das Letzte, was man machen sollte. Denn solche Täter, was sie erreichen wollen, ist ja, Menschen einzuschüchtern, vor allem Politikerinnen und Politiker einzuschüchtern, dass man sich zurückzieht vom öffentlichen Raum. Also ich lasse mich persönlich nicht einschüchtern. Und mein Team und ich, wir stehen zu diesem demokratischen Staat, der auch wirklich sagt, Dialog und demokratische Auseinandersetzung miteinander ohne Gewalt. Das ist das, wofür wir stehen. Und deshalb lasse ich mich auf keinen Fall einschüchtern. Fühlen Sie sich denn genug geschützt? Jetzt haben Sie Angst um Ihre Sicherheit und die Sicherheit Ihrer Familie. Denn ich denke, so ein Angriff wird nicht spurlos an einem vorbeigehen. Ja, also nach solchen Taten natürlich bleibt man dann sehr lange auch fassungslos. Allerdings, ich habe keine Angst. Denn das, was Sie auch erreichen wollen, ist, dass man Angst hat, dass man seine Arbeit und seine politische Tätigkeit nicht mehr weitermacht. Als frei gewählter Abgeordneter in diesem Land versuche ich dann natürlich mit den Bürgern regelmäßig in Kontakt zu kommen und auch im Bürgerbüro als Dialogforum, Dialogort auch zu betreiben, indem wir dann Leute einladen, mit ihnen zu sprechen. Diese Arbeit werden wir weiter fortsetzen. Und welche Maßnahmen gibt es jetzt, gerade nach diesem jüngsten Vorfall, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten? Ja, ich meine, es ist eine Illusion, dass man 24 Stunden lang geschützt werden kann. Als frei gewählter Abgeordneter bewege ich mich im Wahlkreis ganz normal. Selbstverständlich werden wir uns im Team nochmal unterhalten darüber, was wir an Möglichkeiten bekommen, beraten zu werden und so weiter. Aber die Arbeit im Wahlkreis soll auf keinen Fall eingeschränkt werden nach solchen Taten. Vielen Dank, Herr Diaby, für dieses Interview.